Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute den Zessel 7042 von Himmola Cosiform, ein Mikrofaser Norvano Ziegel, elektrisch Größe Medium. Medium, 1,65 bis 1,85, passt, ich bin 1,83, passt sehr gut. Und hier ist die Fernbedienung, hier angebracht, sehr praktisch, mit einem Magneten, hoffentlich hält der auch lange, aber so wie ich Himmola kenne schon, mit vielen Tasten. Schauen wir mal, hier habe ich zum Beispiel eine Taste, die macht nur das Kopfteil oben, okay. Hier habe ich eine Taste, da gehe ich gleich mal nach hinten, ah, da geht beides, da kommt auch das Fußteil raus, okay. Ich gehe mal seitlich, dass Sie sehen, die Kontur, nicht schlecht, sehr lang, die Armwende geht weg nach hinten, toll. Das ist nur das Fußteil, und das ist nur der Rücken, ah, das ist natürlich super. Jetzt bin ich oben, jetzt ist es noch bequemer. Top, das ist meine Position, vielleicht die Beine noch ein bisschen runter, so. Wow, ein toller Sessel, muss ich sagen, von der Bequemlichkeit her, optisch können Sie natürlich immer sagen, gefällt mir nicht, aber bequem, top, für meine Größe ideal. Wie komme ich jetzt wieder raus? Das ist die Taste, wo beides auf einmal geht, das ist sehr gut, und es geht auch sehr schnell, finde ich klasse. Koffteil, ein bisschen strecken, nein, jetzt geht es nach vorne, ein bisschen strecken, ist besser. Wunderbar, ein toller Sessel, qualitativ macht Ihnen einen hervorragenden Eindruck, kann ich eigentlich nur empfehlen. Wenn Sie etwas wirklich Bequemes in einem pflegelechten Bezug suchen, wäre das etwas für Sie. 7042 Cosi-Form von Himmola Advertising, derzeit profischnapp.de hat ein Stück, und zwar ein Kundenstorno. Kunde hat diesen Sessel bestellt und aus irgendwelchen Gründen Vorlieferung bereits storniert. Ja, kommen Sie zu profischnapp.de auf unsere Website und machen Sie Klick oder kommen Sie nach Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart, freue ich mich, Sie kennenzulernen. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt, profischnapp.de und Tschüss.